Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Lenggries. Hinter mir seht ihr das Brauneck, das ist noch komplett grün. Wir haben Mitte September, die Wanderer fahren noch nach oben. Allerdings geht es für mich nächste Woche schon los zum Skifahren. Es ist mein erstes Mal diese Saison zum Skifahren. Ich freue mich mega. Es geht nach Hintertux an den Gletscher, da kann man tatsächlich schon Skifahren und das Ressort Anno dazumal möchte ich euch auch zeigen. Ist ein richtig schöner Ort dort und ich hoffe ihr seid wie immer live mit dabei und ganz viel Spaß beim Saisonauftakt Skifahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.